Schön, dass Sie wieder dabei sind und das bei einem Thema, um das die meisten Katholiken und sogar die meisten Theologen am liebsten einen großen Bogen machen, nämlich die Unfehlbarkeit. Sie wurde als Dogma verkündet auf dem Ersten Vatikanischen Konzil und auch darum machen die meisten Theologen am liebsten einen großen Bogen, ist halt sehr in Verruf geraten. Das populäre Verständnis der päpstlichen Unfehlbarkeit findet sich sehr schön wiedergegeben in dem Roman Wiedersehen in Brideshead. Und da spricht ein katholischer Geistlicher mit einem sehr frommen Katholiken auch über die Unfehlbarkeit und da entspinnt sich dieser Dialog. Dann fragte ich ihn wiederum, angenommen der Papst schaut zum Himmel hinauf, bemerkt eine Wolke und sagt, es wird regnen. Müsste das dann auch geschehen? Dann antwortet der sehr fromme Katholik, oh ja, Hochwürden. Jetzt geht's weiter. Aber nehmen wir an, es regnet dann nicht. Er dachte einen Augenblick nach und sagte, dann würde es wahrscheinlich sozusagen geistig regnen, nur wären wir zu sündhaft, es zu sehen. Klar, ein solches Verständnis von Unfehlbarkeit, das entpuppt sich von alleine als Absucht. Damit wollen wir nichts zu tun haben. Bevor wir aber das Thema ganz fortwerfen und den Begriff der Unfehlbarkeit vergessen, schauen wir doch einfach mal nach, was denn damals die Kirche im ersten Vatikanum tatsächlich dazu gesagt hat. Der Text erscheint zunächst einmal wieder als etwas länglich, aber keine Sorge, wir nehmen ihn ganz kurz auseinander und werden merken, dass er sehr gut verständlich ist. Er lautet, wenn der römische Bischof, das ist also der Papst, vom Lehrstuhl aus spricht, Das heißt, wenn er in Ausübung seines Amtes als Hirte und Lehrer aller Christen, Kraft seiner Höchsten Vollmacht, eine von der gesamten Kirche festzuhaltende Lehre über Glauben oder Sitten definiert, dann besitzt er durch den ihm im heiligen Petrus verheißenen Beistand diejenige Unfehlbarkeit, mit welcher der göttliche Erlöser seine Kirche bei der Definition einer Lehre über Glauben und Sitten ausgestattet sein lassen wollte. Und deshalb sind die Definitionen eben dieses römischen Papstes aus sich, aber nicht aufgrund der Zustimmung der Kirche unabänderlich. Nun, auf den ersten Blick klingt das doch jetzt erstmal ein wenig bedrohlich fast, aber schauen wir mal auf die Quintessenz. Also, dann besitzt er, der Papst, diejenige Unfehlbarkeit, mit welcher der göttliche Erlöser seine Kirche ausgestattet sein lassen wollte. Plötzlich erscheint der Text in anderem Licht. Hier geht es nämlich gar nicht mehr um die Unfehlbarkeit des Papstes, sondern die Unfehlbarkeit der gesamten Kirche. Etwas rätselhaft mag noch dieser Schlusssatz erscheinen. Die Definitionen sind aus sich, nicht aber aufgrund der Zustimmung der Kirche unabänderlich. Das klingt jetzt doch so ein bisschen wie, das ist doch die private Angelegenheit des Papstes, unfehlbar zu sein. Nun, das Zweite Vatikanische Konzil, die 60er Jahre des letzten Jahrhunderts, greifen das Ganze in der Tat nochmal auf und führen dann diesen Gedanken auch weiter. Wenn sie sagen, diesen Definitionen aber kann die Zustimmung der Kirche niemals fehlen. Aufgrund des Wirkens des selbigen Heiligen Geistes, durch den die gesamte Kirche Christi in der Einheit des Glaubens bewahrt wird und voranschreitet. Also, hier kommt nochmal ein anderer Tonfall rein. Die Zustimmung der Kirche kann niemals fehlen. Also, die muss nicht erst noch erfolgen, sondern die ist automatisch immer dabei. Das ist alles immer noch ein wenig rätselhaft. An einer anderen Stelle erläutert das Zweite Vatikan, um wie es zu verstehen ist. Wo es nämlich dann sagt, die Gesamtheit der Gläubigen, welche die Salbung von dem Heiligen haben, das heißt die getauften und gefirmten Christen, also die Gesamtheit der getauften und gefirmten Gläubigen kann im Glauben nicht irren. Und diese ihre besondere Eigentümlichkeit erweist sie vermittels des übernatürlichen Glaubenssinnes des ganzen Volkes, wenn sie, jetzt kommt ein Zitat des heiligen Augustinus, von den Bischöfen bis zu den letzten Laien ihre allgemeine Übereinstimmung über Dinge des Glaubens und der Sittenkundtut. Bitte stören Sie sich nicht an dem Begriff die letzten Laien. Das ist nicht abwertend gemeint, sondern soll einfach heißen, es geht um das gesamte Volk Gottes. Egal ob geweiht oder ungeweiht. Alle müssen sie in einer Frage des Glaubens zustimmen. Und dann können sie alle zusammen gar nicht irren. Also, nochmal in einer Grafik zusammengefasst. Das populäre Missverständnis der Unfehlbarkeit behauptet, der Papst ist unfehlbar und ihm gegenüberstehen die Gläubigen und die sind nicht unfehlbar, sondern können möglicherweise alles Mögliche an Glaube oder Aberglaube von sich geben. In Wirklichkeit, nach der Definition der beiden Vatikanischen Konzilien, ist es anders. Nämlich der Papst, wenn er das wiedergibt, was alle Gläubigen glauben, dann sind Papst und alle Gläubigen unfehlbar. An dieser Stelle hatte die legendäre Schlagzeile der Bild-Zeitung vollkommen recht, als sie das ausgedrückt hat mit dem Titel Wir sind Papst. Aber kehren wir zurück in die Wissenschaft. Also, es geht darum, dass wenn der Papst etwas verkündet, was alle Gläubigen glauben, dann sind wir alle unfehlbar und wenn wir es alle sind, ist es selbstverständlich auch der Papst. Nun können wir auch verstehen, was beide Konzilien gemeint haben mit dem Satz, die Definitionen sind aus sich, nicht aber aufgrund der Zustimmung der Kirche unabänderlich. Nun, die Zustimmung der Kirche steckt ja sozusagen schon da drin. Aber trotzdem schauen wir nochmal genau hin. Wie kann denn eine Definition aus sich wahr sein, also unabänderlich sein, sodass die Kirche zustimmen muss? Also nicht erst soll in demütigem Gehorsam, sondern dass die ganze Kirche gar nichts anderes kann, als zu sagen, ja, das ist natürlich richtig. Das müssen also schon ganz besondere Aussagen sein. Normalerweise, wenn jemand etwas behauptet, dann macht er eine Aussage und die muss sich an der Realität messen lassen. Dann erweist sie sich entweder als wahr oder als falsch, vielleicht als unverständlich, wenn derjenige Chinesisch gesprochen hat oder es gibt auch Aussagen, die sind insgesamt unentscheidbar, weil man sie gar nicht überprüfen kann. Das sind so Aussagen wie zum Beispiel, wahrscheinlich wird es heute Nachmittag regnen. Glaubensaussagen haben aber eine völlig andere Natur, denn in Glaubensaussagen stimmen Realität und die Aussage überein. Wer also einem anderen Menschen sagt, du hast Gemeinschaft mit Gott, der macht sozusagen, dass gerade in diesem Augenblick da eine Gemeinschaft ist. Und solche Aussagen, die die Realität in sich enthalten, die können gar nicht mehr falsch sein, sie können auch nicht unentscheidbar sein, sie sind entweder aus sich wahr oder gegebenenfalls unverständlich, wenn derjenige die falsche Sprache gesprochen hat. Also, die anderen beiden Möglichkeiten entfallen. Nochmal zusammengefasst, wenn in einer Aussage das geschieht, wovon sie redet und sie tatsächlich so verstehbar ist, dann kann sie gar nicht falsch sein. Eine Botschaft kann nur dann aus sich wahr sein, wenn sie die Wirklichkeit, von der sie redet, in ihr selber geschieht. Also, wenn jemand den Glauben verkündigt, das Wort Gottes und sagt, du hast von Ewigkeit her Gemeinschaft mit Gott, du musst nicht mehr aus der Angst um dich leben. Im Wort Gottes ist Christus, der das Wort ist, ganz und gar bei uns. Ja, ein solcher Satz, der ist aus sich heraus wahr, denn in ihm geschieht das, was der Satz behauptet. Deswegen keine Angst vor der Unfehlbarkeit. Man kann den Glauben tatsächlich nur mit dem Anspruch auf Unfehlbarkeit vertreten. Denn alle Glaubensaussagen, in denen sich Gott selbst mitteilt, er ist ja sein Wort, die sind aus sich wahr, in ihnen geschieht, wovon sie reden. Und jetzt haben wir gar kein Problem mehr mit der Definition des Ersten Vatikanischen Konzils. Zusammengefasst, wenn der römische Bischof in Ausübung seines Amtes, er muss also die Einheit der Kirche feststellen, wenn er eine von der gesamten Kirche festzuhaltende Lehre über Glauben oder Sitten definiert, dann besitzt er diejenige Unfehlbarkeit, mit welcher der göttliche Erlöser seine Kirche ausgestattet sein lassen wollte. Und deshalb sind die Definitionen aus sich unabänderlich. Chronologisch geht das Ganze dann so vor sich. Zunächst einmal stimmen alle Christen im Glauben überein. Denn alle Christen glauben daran, dass sie in Gottes grenzenloser Liebe von Ewigkeit her ganz und gar geborgen sind. Das kann man dann auch feststellen durch Befragung in der Weltkirche, dass wir tatsächlich in so einer Frage alle übereinstimmen. Und wenn dann der Heilige Vater die Bischöfe zusammenruft, um zu überprüfen, ob das wirklich festgestellt wurde, dann können sie alle zusammen in einem Konzil beispielsweise darin übereinstimmen, dass sie festgestellt haben, dass wir alle im Glauben übereinstimmen. Das Erste, das passiert ohnehin immer in der Universalkirche. Der zweite Schritt, das wäre dann eine päpstliche Definition. Aber das dritte, da geht es dann um die Ausübung der Unfehlbarkeit. Das sind dann Konzilsdefinitionen. Sie merken vielleicht inhaltlich, kommt da gar nichts Neues hinzu. Es wird nur das feierlich festgestellt, was man als den Glauben der ganzen Kirche festgestellt hat. Vorsicht! Nicht alles, was sich so landläufig als Lehre der Kirche ausgibt, kann tatsächlich Lehre der Kirche sein. Zur Zeit von Galileo Galilei gab es zum Beispiel einen Streit darum, ob sich die Erde um die Sonne dreht, wie man es schon seit der Antike wusste, oder ob die Sonne sich um die Erde dreht, wie es das Alte Testament an einer Stelle behauptet. Nun, das ist kein Gegenstand für unfehlbare Definitionen, denn das ist keine Lehre der Kirche, denn da geht es ja gar nicht um Gottes Selbstmitteilung. Und die ist alleine Gegenstand des Glaubens. Also, machen Sie ruhig von Ihrer Unfehlbarkeit Gebrauch. Immer, wenn Sie den roten Doppelpfeil behaupten, wenn Sie also behaupten und sagen, dass die gesamte Welt, jeder einzelne Mensch vollständig von Ewigkeit her in die Gemeinschaft mit Gott hineingeschaffen wurde, aus der nichts und niemand verloren gehen kann, dann äußern Sie gerne diesen Satz mit dem Anspruch auf Unfehlbarkeit. Den haben Sie. Nur Mut. Den haben Sie. Nur Mut.